Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wie baut man was? Und heute bauen wir ein Gaming Setup. Genau, wir bauen ein Gaming Setup mit drei Monitoren, mit zwei Speakern und das Ganze sieht schon sehr, sehr cool aus. Wenn dir das Video gefällt, kannst du gerne liken, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren, aber wir bauen sofort los. So, für unser Gaming Setup sehen wir hier schon, dass wir Command Blöcke brauchen. Hm, das ist aber nicht so wild. Wir haben ja auch schon ein Computer und Gaming Setup ohne Command Blöcke gebaut. Aber, hier ist es so, wir müssen erstmal wissen, in welche Richtung wir gucken. Und da steht auf der linken Seite im mittleren Abschnitt, vierte Reihe, steht Facing West. Ich werde euch die Commands für die Command Blöcke in die Videobeschreibung machen. Aber, es geht erstmal darum, dass wir drei unsichtbare Rüstungsständer hinstellen. Und dafür haben wir hier schon einen Command drinne und hier haben wir auch schon einen und hier haben wir auch schon einen. So, in der Videobeschreibung ist das im Prinzip der linke, der mittlere und der rechte Command Block. Jetzt machen wir da einfach mal Redstone Blöcke drüber. Ein, zwei, drei. Machen die wieder aus und die können wir auch weg machen. Jetzt haben wir hier drei unsichtbare Rüstungsständer stehen. So, jetzt brauchen wir aber noch ein Schild. So, und wir brauchen ein schwarzes oder man kann auch ein graues Banner nehmen, das ist egal. Und eine Werkbank. Die nehmen wir uns auch mal gerade. Die stellen wir einfach mal gerade hier neben. Denn wir brauchen ein schwarzes Schild. So, wunderbar. Jetzt können wir nämlich dieses Schild einfach hier, diesen unsichtbaren Rüstungsständer, in die Hand drücken. Na, ein bisschen rumbrücken. Da, wunderbar. Wir sehen schon. Monitor, der schön an der Wand klebt. Hier haben wir einfach drei Slabs und jeweils Treppen, ne, für so einen Tisch. Ganz easy gemacht. Jetzt können wir hier dem auch nochmal, na, wo ist der Rüstungsständer? Da. Der ist auch so ein bisschen gedreht und der ist auch so ein bisschen gedreht. So, jetzt haben wir schon drei richtig, richtig coole Monitore hier hängen. Aber das reicht ja nicht. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir brauchen eine Tastatur, wir brauchen eine Maus und wir brauchen noch Lautsprecher. Okay, machen wir erstmal die Tastatur. Dafür müssen wir hier in der Mitte den Block wegmachen und hier unten auch. Sowohl links als auch rechts daneben die Blöcke auch. Und dann nehmen wir uns mal weißen Teppich. Den machen wir hier unten in die Mitte. Und dann brauchen wir unseren Rüstungsständer und unseren Kettenhelm. Aber das müssen wir hier oben machen. So. Dann machen wir nämlich einen Rüstungsständer links von dem Teppich hier oben. Und gucken wieder, dass der ganz gerade steht. So. Nein. 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 Ja, sieht gut aus. Und rechts neben dem Teppich. Nein. 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 Ja, sieht gut aus. Dann kommt da ein Kettenhelm jeweils drauf. Dann nehmen wir uns noch eine Glasscheibe. Die machen wir in die Mitte und schieben die beiden Rüstungsständer dagegen. So. So. Und jetzt können wir das Ganze hier einfach wieder abreißen. Schwupps. Und die landen beide auf dem Teppich. Jetzt müssen wir erst die Bodenlücken hier füllen. Aber nicht da, wo der Teppich ist. Dann machen wir den kaputt. Das heißt, da muss eine Lücke bleiben. Aber links und rechts daneben können wir ja schon mal unseren Boden fixen. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Jetzt haben wir den Boden wieder ganz. Bis auf da. Da geht es leider nicht. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal mit Quarzstufen machen. Weil wir wollen ja unseren Desktop wieder haben. Oder unseren Schreibtisch. So. Und in der Mitte natürlich auch noch. Bin sehr schlau. Hätte man ja in einem machen können. So. Jetzt haben wir unsere Tastatur. Normalerweise legen wir ja noch eine Druckplatte drunter. Macht hier wenig Sinn. Weil in der Mitte wird hier runter gedrückt. Rechts und links aber nicht. Und dann sieht das sehr merkwürdig aus. Also hier kommt keine Druckplatte hin. Hier kommt noch eine Maus hin in Form eines Knopfes. Das kennen wir ja schon. So. Was fehlt uns noch? Erstens unsere Lautsprecher. Und zweitens unser Gaming Sessel. Der Gaming Sessel ist ganz simpel. Wir gehen erstmal hin. Tun alles weg. Nehmen uns Quarzstufen als Sitzfläche. Nehmen uns eine Eisentür. Und nehmen uns Item Frames. Dann machen wir hier eine Quarzstufe hin. Hier eine Eisentür. Item Frame. Und Item Frame. Und noch ein Item Frame so an die Tür als Kopfstütze. Und schon haben wir unseren Gaming Seed hier stehen. Sehr cool. Und jetzt brauchen wir noch unsere Speaker. Dafür nehmen wir Custom Heads. Wer nicht weiß was das ist. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das sind im Prinzip mal ganz blöd erklärt. Diese Köpfe hier mit anderen Texturen. Und die kann man sich im Prinzip über einen Command Block besorgen. So. Der Command steht hier auch schon drin. Den schreibe ich auch in die Videobeschreibung. Und dann drücken wir einfach auf den Knopf hier. Und schon haben wir einen Kopf der aussieht wie eine Box. Den können wir einfach hier auf die Ecke stellen. Und da auf die Ecke stellen. Und schon. Na. Der muss noch ein bisschen rüber. So. Und schon haben wir unseren Gaming Desktop fertig. Drei Monitore, Maus, große Tastatur, Speaker, Gaming Seed. Optimal. Ich hoffe dir hat das Gaming Setup gefallen. Wenn ja kannst du das Video gerne liken. Wenn noch nicht geschehen den Kanal abonnieren. Von meiner Seite heißen wir vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein. Fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Wie baut man was? Ciao mit V. Bis zum nächsten Mal. Mysin周., find aus. Tschau. Ciao. Ich weiß das Video. Das Video. Ich sag's Aus. Also weiße Même früher. Das Video N fibre. Bis zum nächsten Mal. Was Does mein Andy ein Thema. $2. Das Video Niemann. Bis zum nächsten Mal.